Ich bin Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin. Ich habe eine privatärztliche Praxis für Ursachenmedizin und Prävention. Ich arbeite jetzt seit ca. zwei Jahren mit den fantastischen Rezepturen von Edna Heinz und Usais. Ich baue die in den Praxisalltag für meine Patienten ein. Ich habe die Produkte vor einigen Jahren auch über Weiterempfehlungen kennengelernt. Inzwischen finde ich, dass das der beste Weg überhaupt ist. Man kennt die Menschen, man kennt die Geschichte dahinter, wie schnell die Produkte gewirkt haben. Das ganz Besondere ist einfach, dass man hier spürt, dass die Wissenschaft, die Hingabe, dass sie in alle Bereiche zusammenkommt. Sei es aus unternehmerischer Sicht, sei es aus den Netzwerken. Und ich glaube, der meiste Spirit kommt aus dem Bereich her, weil halt hier Köpfe sind und hier Herzen aneinander kommen, wo das Band der Freundschaft verbindet. Und ich habe gesagt, das ist endlich, was ich seit 30 Jahren so wollte. Alle waren da, auch der Doc Robert und der Andreas Pinninger und auch Daniela Herzberg. Noch größer werden, noch viel mehr Kunden, noch viel mehr Gesundheit für alle Leute. Das wünsche ich gerne. Noch mehr. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal! Vielen Dank.